Morgen ist es wieder soweit, Colchoneros, Matrassenmacher, gegen Meringues, Schaumzuckergebäck, weil weiß, harte Arbeiter gegen versnobbte Galaktische. Das Proletariat von den Ufern des Manzanares, wobei man mittlerweile umgezogen ist, aber in eine nicht wirklich vornehmere Ecke Madrids, gegen das Patriziat, dessen Selbstverstand eines Zuhause immer die Welt als Ganzes war. Mindestens. Doch diese Grenzen zwischen den Extremen verwischen immer mehr, vor allem in der spanischen Hauptstadt selbst, verlaufen nicht selten mitten durch Familien und Ehen, durch Freund und Partnerschaften. Bist du Indianer oder Wikinger? Morgen sind sie alle vor allem eins, heißblütige Hinchas, die die Liebe zu ihrem Club, mit der man in Spanien eigentlich schon geboren wird, inbrünstig über die Tribünen des Wander-Metropolitanes schreien werden. Wenn es schon Frühling oder gar Sommer wäre, könnte man angesichts der Anstoßzeit, 16. 15 Uhr, fast schon von der klassischen Hora de la Cogheda, der Stunde des Stierkampfes sprechen. Und mit nicht weniger feierlichem Ernst wird morgen eines der Hochämter des spanischen Fußballs zelebriert werden. Es ist das 162. Liga-Duell zwischen Atletico und Real Madrid. Die Bilanz spricht klar für die Weißen, 86 Siegen der königlichen stehen 39 Erfolge der Rot-Weißen gegenüber, bei 38 Unentschieden. Zwar kommt das Madrid-Stadt-Derby nicht ganz an den Hype heran, den der Superklassiker zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona verursacht, und zwar weltweit, aber in der spanischen Hauptstadt ist es auf jeden Fall das zweitwichtigste Spiel der Liga-Saison. In den vergangenen Jahren wurde es nochmals aufgewertet, da Atletico es geschafft hat, auch auf internationaler Ebene mittlerweile ein gehöriges Wörtchen bei den Titelvergaben mitzusprechen. 2010, 2012 und 2018 sicherte sich El Atleti, wie der Verein von seinen Fans nur genannt wird, jeweils die Europa League Und die dazugehörigen europäischen Supercups gleich obendrauf. Aber sie verloren eben auch 2014 und 2016 die Endspiele der Champions League gegen den Verein, gegen den es für einen echten Roy Lanko am schmerzhaftesten ist, gegen den verhassten Rivalen aus Karmatin, dem hochbürgerlichen vornehmen Stadtteil im Norden der Stadt. Einmal noch schlafen, dann machen sich morgen Zehntausende Aficionados auf ihren von Ritualen gepflegten Weg. Werden sich schon Stunden vorher in den Bars rund um die Plaza Caillau, Atleticos, oder um die Castellana herum, Real, auf ein Bier und ein paar Tapas treffen, werden laut Hals ihre Prognosen eventuell umherstehenden Fans von der anderen Seite um die Ohren schreien und sich einstimmen auf das große Spektakel, das mindestens zweimal im Jahr die Menschen in die 3,5 Millionen Metropole in den Bann zieht. Und wer gewinnt? Na, wir fehlen's natürlich.